Stehen plötzlich welche auf und fragen, ich kenne doch ihre Stimme. Mein Name ist Oliver Rohrbeck, ich bin Schauspieler und Hörspielsprecher. Die meisten kennen mich wahrscheinlich als deutsche Stimme von Ben Stiller oder als Sprecher von Justus Jonas aus den drei Fragezeichen. Ich werde sehr häufig gefragt von Taxifahrern, von Leuten in Zügen. Wenn der Schaffner mit mir redet, stehen plötzlich welche auf und fragen, ich kenne doch ihre Stimme. Ich bin schon als Kind zum Synchronen gekommen. Ich hatte vorher bei der Sesamstraße mitgespielt. Da wurden so kleine Clips gedreht, zwei Minuten. Und da durfte ich mich schon mit sechs Jahren als junger Schauspieler ausprobieren. Das sprach sich rum und dann bekam ich auch die ersten Synchronangebote und habe dann schon mit sieben Jahren Penopio gesprochen im Disney-Film.